Wenn nichts steht über dem Team und wenn das Team funktioniert, dann ist das glaube ich eine super, super Basis. Das ist am Ende das, was uns ausmachen soll, dieses Team, dieser Teamgedanke, und dafür arbeiten wir. Natürlich hilft eine Vorbereitung einfach schon allein dadurch, dass man sehr, sehr viel zusammen verbringt. Man hat sehr, sehr viel Training, auch deutlich mehr als in der Saison. Fußball für mich ist eine Passion, für mich ist eine Emotion. Und wenn ich über Fußball reden kann, dann habe ich sehr viel Energie. Ganz klar, die Mannschaft muss die Energie füllen. Aber jetzt haben wir eine klare Linie mit 14, 15 Spielern, viele junge Spieler, die Musik entwickelt. Und wir versuchen jetzt mehr an Bord zu spielen, mehr Technik zu passen. Und das wollen wir so eine und meine Philosophie machen so das Mehrfußballente. Ich hoffe, in kurzem, dass ihr alle mir und das Team zeigen möchtet, dass die drei Wochen, wenn wir gegen Braunschweig spielen, sie wollen spielen. Sie wollen es mir zeigen, weil ich dieses Spiel spielen möchte. Dass ihr ein Teil dieses Team sein möchtet, dass ihr eine großartige Saison als Team machen möchtet. Wenn das als Spieler nicht aufsaugt, was da los ist, wenn das die Spieler nicht anspornt, dann brauchen sie nicht hier zu spielen. Klar, bei so einem Verein wie Schalke Kapitän zu sein, das macht mich mega, mega stolz. Und ich werde alles dafür geben, wie letzte Saison auch, um dem auch gerecht zu werden. Ich glaube, durch viele kleine einzelne Puzzleteile schafft man es dann, dass es ein großes, stimmiges Bild wird. So, an die Arbeit.